Hallo, ich bin Glenn, ich bin Journey Practitioner seit vielen Jahren bei der Journey und ich sitze jetzt hier mit Bettina. Hallo! Bettina Halifex, die nicht nur Journey Practitionerin ist schon seit vielen, vielen Jahren, außer eben noch Präsenterin. Das heißt, sie macht die Seminare in Deutschland und Schweiz, Österreich. Ja, liebe Bettina, ich glaube, die Menschen doziert am meisten, ganz kurz zusammengefasst, was ist die Journey und was bringt sie den Menschen? Was ist die Journey und was bringt sie den Menschen? Die Journey ist, ich würde mal sagen, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um wieder zurückzufinden zu uns selbst, um wieder wirklich in Verbindung zu kommen mit unserer Essenz, mit unserer Mitte, mit uns. Und zum Weiteren ist es eine Anleitung, um wirklich an Ursachen heranzukommen von zum Beispiel negativen Verhaltensmustern, von Traumata, von Verletzungen und diese komplett zu verarbeiten und loszulassen. Das würde ich mal so in einer kleinen Umschreibung sagen, was die Journey bringt. Sie bringt uns zum einen wieder, dass wir wieder mit uns Kontakt bekommen. Sie bringt uns aber auch, dass wir Altes aufarbeiten können. Sie bringt uns, dass wir wieder erlernen können, mit unseren Gefühlen, mit unseren Emotionen wieder in einen gesunden Kontakt zu kommen. Sie bringt uns ein freies Fließen. Sie kann uns auch dazu verhelfen, sagen wir mal Verletzungen, sei es körperlicher oder emotionaler Art und Weise, zu verarbeiten und wieder in unsere Kraft zu kommen, unser Potenzial zu leben. Das würde ich erst mal so sagen. Das würde ich erst mal so sagen.